Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagten Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten... Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen. Nichts anderes ist er der Treue zu seiner weltgeschichtlichen Aufgabe und seinem historischen Rang schuldig. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden... Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee... Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann schallt ihr Armee in Kürtel! Dann entlösen wir die Westfront. Haben Sie noch zwei Fälle an meinem Befehl? Ich habe mich klar gelockt! Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber wir müssen auch da... Verräter! Mein Führer, bei einem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden, den Tausenden von Verletzten und den Alten? Wir können jetzt keine Rücksicht dafür... Das Militär hat mich verjogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die Osten! Die gesamte Generalität ist nicht zweit als ein Haus! Jeder verrächtige, treulose Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblüßen... Die Stadt Feiglinge verrä... Der Geschmäusch des deutschen Volkes! Sie ist ohne... Jahrelang hat das Militär-Möle-Aktionen nur behindert! Es hat mich jeden nur als bestätigen... Vom Jammeren alle höher! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich... ...Ganzer Robber! Oh oh! Und jetzt das! Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzufügen! Mein Führer... ...wird das alles in Ordnung kommen? Oh oh, nein... ...und es wird vertreibrer sein. Wie kann der Frage mir das Handeln zum Feigdrag bären? Es bleiben nicht mehr am... ...von allem Anfang an... ...diese Fanaten... ...fragen worden! Deutsche Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlt! Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlt! Verrat an meiner Person! Sie werden saufen in ihrem eigenen Blut! Sie werden sie verraten!